Was hast du denn gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Ja, ich würde auch gern Vox verprügeln. Ich würde auch gern Vox verprügeln. Madame Lutece, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt das, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Herzliche Grüße, Constance. Herzliche Grüße, Constance. Herzliche Grüße. Herzliche Grüße. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister, Mister. Sorry, ich kaufe nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Erleben Sie hinter dem Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste, weiße Blühstück in ganz Kolobien? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Der ist nun dazu. Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Der erste Wort. Bitte, bitte, bitte nicht. Nicht mal, es ist alles schön. Bitte, bitte, nein. Bitte, was droht Sie? Was ist da los? Wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Lieber mich. Oh, da haben wir ja einen ganz schüchternen. Den müssen wir auf die Sprünge her. Moment. Da ist er! Wo hast du das Brand zu her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange dem falschen Hirten macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs! Haltet ihn! Haltet ihn! Der Kunde will unser Lamm auf Abwege führen! Auseinander! 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 Hier, bewerkzt das Tor! Auseinander! 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 Nein! Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. The next car is in the park! Come here! I will save you! Let me go! I'm here! What if I just set you down, I'll start a little bit. I'll try and work you on the other side. The mess, the and my body! What can I do? If I get up... I'm here! Ich hab's Ihnen gesagt, komm Stock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich hab einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Neger-Häftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert, mir egal. Du wirst hier sterben! Das ist ein Schmerz. Kommt es an, das ist eine Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.